Mit der Fertigstellung im November 2016 ist sie zu einem wahren Pilgerort geworden. Die Elbphilharmonie in Hamburg. Täglich besuchen rund 16.000 Menschen die Aussichtsplattform. Bis Juli waren es bereits mehr als drei Millionen Besucher. Für Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, ist die Elbphilharmonie ein sichtbares Zeichen für die positive Aufbruchsstimmung in der Stadt. Hamburg investiert gerade mehr als 1,6 Milliarden Euro in Kultur- und Infrastrukturprojekte und sagt damit auch ganz viel aus über Haltung und Ambitionen dieser Stadt. Und ich glaube, mit der Öffnung der Elbphilharmonie hat Hamburg seine Ambitionen unter Beweis gestellt. Aber mit der Öffnung der Elbphilharmonie hat sich auch die Perspektive auf Hamburg weltweit verändert. Blickt man auf die aktuellen Gästezahlen, scheint der Plan aufzugehen. Im ersten Halbjahr konnte Hamburg einen Zuwachs bei den Übernachtungen von 5 Prozent verzeichnen. Wir freuen uns sehr, dass wir uns so gut positionieren konnten. Das ist zum einen, glaube ich, auch das Ergebnis einer hohen Investitionsbereitschaft in das Thema Tourismus, einer Aufbruchsstimmung in dieser Stadt. Und zum anderen ist es auch ein Beispiel und eine Ausleitung dafür, mit wie viel Leidenschaft und Engagement und Qualität die Tourismuswirtschaft in Hamburg Gäste hier begrüßt und diese Rolle als Gastgeber annimmt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt die steigende Attraktivität. Im ersten Halbjahr zählte Hamburg 6,5 Millionen Übernachtungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Zuwachs von 5 Prozent. Besonders bei den Gästen aus dem Ausland wird Hamburg immer beliebter. Um 9 Prozent sind die Übernachtungen von ausländischen Gästen bis Juni gestiegen. Meine erste Impression war, dass Hamburg eine sehr vibrante, neue Stadt. Es hat eine wunderbare Architektur. Hamburg ist sehr diverse. Es hat viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Kulturen, alle in einem Ort. Es hat eine Mixung der Modernen und der alten und der Klassischen. Und es kommt zusammen in einem schönen Weg. Es hat sich also weltweit herumgesprochen, dass Hamburg eine Stadt voller spannender Kontraste ist und über eine hohe Aufenthaltsqualität verfügt. Nach einer aktuellen Studie des renommierten Nachrichtenmagazins The Economist gehört Hamburg zu den zehn lebenswertesten Metropolen der Welt. Und auch die New York Times zählt Hamburg zu den Top-Zielen weltweit. Vor allem wegen Elbphilharmonie und Speicherstadt. Dann hat sich das Warten ja gelohnt. Untertitelung. Zurück. Vielen Dank.